Als nächstes kommen wir zu unserer Maske aus Trockenmaterialien. Das sieht jetzt hier so aus, als hätte ich einfach wieder alles hingestellt, was ich eben schon in den anderen beiden Videos vorgestellt habe. Das stimmt. Du kannst natürlich all diese Zutaten mit ihren beschriebenen Wirkungen auch in eine Maske hineintun. Ich habe ein paar Ideen unten für dich vorbereitet. Es kommen noch ein paar Zutaten hinzu, die ich noch nicht erwähnt habe. Sage ich jetzt hier, es gibt natürlich noch mehr. Bitte nicht denken, sonst kann ich da nichts reintun. Wie gesagt, du kannst die ganze Botanik da reintun. Wenn dir das gefällt, wenn du darauf Bock hast, beziehungsweise wenn dir das etwas bringt, dann tu das einfach. Was man nicht vergessen sollte, bei Masken zu erwähnen, sind natürlich die Erden. Grüne Heilerde, dann das wunderbar sanfte Kaolin. Braune Heilerde oder auch rote Heilerde teilweise genannt. Du kannst auch Rasul nehmen. Das ist jetzt hier nicht auf dem Brettchen drauf. Und last but not least, du kannst theoretisch auch eine Maske aus Aktivkohle machen. Ich empfehle dir, die Aktivkohlemaske maximal einmal im Monat zu machen. Also mach bitte nicht jede Woche eine Aktivkohlemaske. Das sieht zwar wirklich unheimlich lustig aus. Ich habe unten ein Bild von mir mit Aktivkohlemaske drauf gepostet. Aber ich bin mir bei dem Zeug ehrlich gesagt immer nicht sicher. Das hat ja so eine wahnsinnig absorbierende Oberfläche. Da bleibt nicht nur der Schmutz drin hängen, wie wir uns das gerne vorstellen möchten. Da bleibt auch Hautflora drin hängen, die du gerne behalten möchtest. Die Bakterien, die auf unserer Haut was Gutes tun. Das wird alles aus deinem Gesicht rausgespült. Ja, wenn du das einmal im Monat machst, ich sage mal nach hormoneller vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, aber ich wäre vorsichtig damit. Ich mache es sogar noch seltener. Also wenn ich es mal alle vier, fünf Monate mache, dann ist das eigentlich schon relativ häufig. Was ich auch schön finde in der Gesichtsmaske ist grüner Tee oder O-Long. Auch schwarzer Tee hat durchaus seine Berechtigung. Ich habe unten geschrieben, was du von diesen Sachen erwarten kannst. Du kannst natürlich auch jede Menge Blüten da hineintun und etc. pp. Es eignet sich übrigens auch Schlemmkreide bzw. Heilkreide statt dieser Erden. Es eignet sich eigentlich alles, was zu deinem Hautbild passt und wo du jetzt gerade mal Lust hast, das zu benutzen. Ideen, wie gesagt, findest du unten und du würdest jetzt einfach hergehen, würdest da einen Esslöffel in ein Schüsselchen tun, mit Wasser aufgießen und zusammenrühren und dann eben gleichmäßig ins Gesicht schmieren. Ich lege mich gerne so in die Badewanne, dann sind die 10 bis 20 Minuten schneller vorbei. Wenn du Erden drin hast, lohnt es sich einfach das Ganze so lange draufzulassen, bis alles schön getrocknet ist. Und wenn du die Erden benutzt, bitte unbedingt im Anschluss einen Toner drauf bzw. am besten zum Beispiel ein Teelöffelchen Apfelessig oder einen Spritzer Zitronensaft ins Wasser hineintun und richtig schön ordentlich die Haut klären nach der Anwendung von Erden, weil sie trocknet dann zu schnell und zu stark aus. Wirklich, das möchtest du nicht. Gut, dann fehlt uns noch das Toner-Video. Das gibt es in den nächsten Tagen und ich verabschiede mich für heute und wünsche euch viel Spaß beim Masken machen. Miau! Ja, ich verabschiede mich für heute und ich verabschiede mich für heute.